Leute, 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 jetzt wird es aber höchste Zeit, dass wir uns mal vorstellen. Sie fragen sich sicher, was uns so besonders macht. Tja, das habe ich mich dann auch gefragt und bin in unser Archiv gegangen. Dort habe ich ein wenig in unserer Unternehmenshistorie rumgestöbert. Und was soll ich sagen? Schon nach wenigen Minuten ging mir mal wieder ein Licht auf. Puh, das staubt aber hier. Aber kein Wunder bei der langen Geschichte. Die beginnt nämlich mit diesem alten Knaben hier. Man schrieb das Jahr 1872. Da ging es dem Handwerk und dem öffentlichen Dienst finanziell ziemlich schlecht. Als heldenhafter Super-Mega-Retter in der Not gründete dann Heinrich von Stephan, seinerzeit Generalpostmeister im Deutschen Kaiserreich, den ersten sogenannten Postspar- und Vorschussverein. Nach dem Vorbild der Kreditgenossenschaft. Die Bediensteten konnten von nun an Geld zu guten Konditionen anlegen, leihen und eine abgesicherte Existenz gründen. Ich würd ja mal seien, dit war ne richtig dufte Idee, wa? Tja, und der Rest ist, wie der Berliner sagen würde, Geschichte. Was also vor über 140 Jahren als Selbsthilfeeinrichtung begann, ist heute eine unabhängige, moderne und bundesweit vertretene, beratende Direktbankengruppe. Und als beratende Direktbank haben wir natürlich auch ein töfftes Beraterprinzip. Wir kümmern uns wie früher, höchstpersönlich um unsere Kunden. Das kann man ja nicht gerade von jeder Bank behaupten. Und wenn ich sage höchstpersönlich, dann meine ich das auch so. Denn die PSD-Bank ist nämlich noch in einer anderen Hinsicht etwas ganz besonderet. Als einzige Bankengruppe in Deutschland sind wir nämlich eine Kombination aus Direktbank und Filialbank. Deshalb gibt es auch viele Wege, die nach Rom zur PSD-Bank führen. Alle unsere Dienstleistungen können Sie nämlich im Internet, per E-Mail, Telefon, Brief oder Fax auch persönlich in einer unserer vielen Filialen beauftragen. Doch welchen Weg Sie auch nutzen, wir werden uns immer persönlich um Sie kümmern. Kein Sprachcomputer, keine Warteschleifen mit Opas Lieblingsmusik aus dem Partykeller, sondern immer nur echte Menschen. Sprechen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet. Oder schicken Sie uns eine E-Mail, einen Brief, ein Fax, eine Postkarte, ein Telegramm, Mosezeichen, Rauchzeichen, vielleicht sogar eine Leuchtrakete. Ihre PSD-Bank biciclock hind잖아요. Schick, finde ich allein gleich gleich halt. Vielen Dank.